Sie haben wahnsinnig tolle Vibrationstränen. Das ist so der Evergreen, wie man es so sagt. Also der für jedermann, wo wirklich jeder eine Menge Spaß mit hat. Und stellen einmal den Luftreiniger ins Auto für ein, zwei, drei Tage vielleicht auch und danach riecht man nichts mehr. Richtig. Überall. In der Küche werden Sie den brauchen. Wenn Sie mal richtig lecker, scharf gekocht haben, machen Sie den an. In wenigen Minuten haben Sie wieder frische Luft in Ihrer Küche. Auf der Toilette. Anstatt Duft. Eine Anti-Eisscheibenfolie. Die ist so genial. Ich habe die letztes Jahr schon gekauft, mehrere Male. Ich habe die komplette Familie, Verwandtschaft eingedeckt. Und dann musste ich es noch allen Nachbarn mitbringen, die die Folie gesehen haben auf meinem Auto. Wirklich, ich habe noch nie etwas Besseres gesehen. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt auch so eine Art Isomatte für die Scheibe. Die ist dann ungefähr so hoch und dann breit genug, aber nicht nach oben in die Breite genug. Da hat man immer oben und unten dann noch ein bisschen was zum Kratzen. Diese Folie, egal was Sie für ein Auto haben, deckt die komplette Scheibe ab, weil die A riesig ist.